Als registrierter Transfermarkt-User stehen dir viele weitere Funktionen zur Verfügung. Egal ob Spieler, Trainer, Verein oder Spielbericht. Als Transfermarkt-User kannst du nahezu alle Daten selbst korrigieren. Einfach auf das Zahnrad klicken, Formular ausfüllen und abschicken. Taktik, Trends first, Gerüchte oder das Match vom Wochenende. Es gibt immer etwas zu des Geweinen und der Transfermarkt voranladen zum Meinungsaustausch ein. Von der Gerüchtecke bis zu den aktuellen Spieltag tippen oder in die Rolle eines Vereins-Motors schlüpfen, registrierten Usern stete Transfermarkt-Tippen und das Match-Spiel kostenlos zur Verfügung. Aktuelle Umfragen, Elftes Spieltags, Marktwerte und Spieler, Transfermarkt-User können noten und eigene Profil- und Startseite. Ball, Favoriten, Fehlzucker und vieles mehr. Das personalisierte Transfermarkt lässt sich nach persönlichen Präferenzen einrichten. Das personalisierte Transfermarkt-User-Motors schlüpfen, die bis zum nächsten Mal. Das personalisierte Transfermarkt-User-Motors schlüpfen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Es gibt alles, was die Berheber, bis zum nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018